Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 17. September. Heute dabei Safari Ripper, Twitter, WhatsApp, Tesla und MyTaxi. Beginnen tun wir mit einer kleinen Warnung für alle Nutzer von Safari auf dem iPhone und iPad. Derzeit macht der Safari Ripper sein Unwesen, möchte ich mal sagen. Das ist ein kleiner Link, wenn man den anklickt, dann startet das iPhone oder das iPad einfach neu. Denn anscheinend ist da eine Schwachstelle im Safari und die Webseite mit einem riesigen Hintergrund von 10.000 mal 10.000 Pixeln und diversen verschachtelten Diffs kann wohl nicht bearbeitet werden und triggert dann entsprechend den Neustart. Der Quellcode wurde auch schon veröffentlicht, sodass auch Apple da mal ran kann und das fixen. Aber seid trotzdem vorsichtig, wenn ihr einen Link bekommt. Aber andererseits, wie gesagt, es passiert nichts extrem Schlimmes. Es wird einfach neu gestartet, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Das Ganze wurde unter iOS 11 und unter iOS 12 bereits getestet und verifiziert. Also wie gesagt, vorsichtig sein. Nächstes Thema, Twitter. Die haben jetzt eine neue Änderung in ihrer App am Start. Und zwar schieben die nun Livestreams und Liveberichterstattungen nach ganz oben. Aber auch nur von den Accounts, denen ihr folgt. Entsprechend sollt ihr dann mitbekommen, falls ein Account live geht, damit ihr direkt einsteigen könnt. Und ja, ich weiß nicht, ob man das braucht oder nicht. Und ob es Sinn macht, müsst ihr selber entscheiden, ob man das auch deaktivieren kann. Ich vermute mal wieder nicht, aber eventuell ist das ja möglich. Ich habe das Feature jedenfalls noch nicht in meiner Twitter-App. Und das Feature kommt entsprechend für iOS und Android. Nächstes Thema, WhatsApp. Da haben die Jungs und Mädels von WA Beta Info etwas im Code entdeckt. Und zwar Referenzen zu einem Dark Mode. Den Dark Mode, sprich also eine dunkle Benutzeroberfläche, die ideal ist, wenn man in einer nicht so hellen Umgebung ist. Und hier hat ja bereits viele Freunde gewonnen unter diversen Apps und auch hier Betriebssysteme wie das macOS haben zum Beispiel auch einen Dark Mode. Also auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wann das kommt, wie das kommt, weiß man noch nicht. Aber da es im Code drin ist, scheint es wohl zumindest in der Testphase zu sein. Und vielleicht wird es ja bald freigeschaltet. Was genau eher im Gegenteil nicht mehr freigeschaltet wird, beziehungsweise was jetzt vorbei ist, ist das lebenslange Umsonsttanken an Tesla-Superchargern für Tesla-Fahrer. Das war eigentlich eh schon vorbei, aber es gab immer noch so ein kleines Schlupfloch. Und zwar, wenn ein bisheriger Tesla-Besitzer einen neuen Tesla-Besitzer geworben hat, der sich dann einen Tesla gekauft hat, aber nicht das günstige Model 3. Sondern halt schon das teurere oder entsprechend auch ein Model S oder X. Der konnte dann auch immer noch lebenslang umsonst tanken. Und dieses Referral-Programm ist nun auch Vergangenheit. Das gibt es auch nicht mehr. Die Besitzer, wenn sie jetzt jemanden werben, können dann 100 Dollar als Credit für einen Supercharger rausgeben. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Aber irgendwo war es auch klar, Tesla konnte nicht ohne Ende und unabhängig von irgendwelchen anderen Verkaufen umsonst tanken, laden, anbieten. Das funktioniert irgendwo nicht mehr. Das war vielleicht am Anfang ein gutes Marketing-Gimmick, möchte ich mal sagen. Aber mittlerweile müssen die halt auch irgendwie Geld verdienen und nicht nur Geld verbrennen. Also von daher, das ist jetzt langsam vorbei. Und mal schauen, wie die Kunden bei Tesla darauf reagieren. Und zum Ende der Sendung habe ich noch einen kleinen Tipp bzw. Gutschein für euch, sofern ihr im Einzugsgebiet von MyTaxi seid. Ich benutze MyTaxi ja sehr gerne, wenn halt kein Über- oder ein vergleichbarer Dienst verfügbar ist. Zumindest mit MyTaxi kann man auch bargeldlos bezahlen, was auch die Voraussetzung für den Gutschein ist übrigens. Und in MyTaxi kann man auch viel besser, in Anführungsstrichen, auch seine Kontrolle über die Fahrer halten. Also ob das gute Fahrer sind, schlechte Fahrer, ob man einen Stammfahrer haben möchte hinzufügt. Und es gibt auch eine 1A-Abrechnung. Also ich bin wirklich großer Fan der App. Und wie gesagt, es gibt einen neuen Gutschein. Der heißt Back to Work und das To als Zweigeschrieben, also B-A-C-K-2-W-O-R-K. Das gebt ihr einfach in der App in den Gutscheinbereich ein und dann bekommt ihr 7 Euro. Also wenn eure Fahrt nur 7 Euro kostet, ihr bargeldlos bezahlt, dann ist die praktisch umsonst. Wenn er mehr kostet, zahlt ihr die Differenz. Und der Gutschein ist bis zum 23. September gültig. Also ihr habt auf jeden Fall noch knapp eine Woche dafür. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.